Dieses Video behandelt die Bereitstellung von Storage, die Anzeige von Berichten und die Erstellung von Serviceanfragen als Mandanten-Administrator in einem vom Service-Provider oder Partner betriebenen Modell von NetApp Keystone Flex-Subscription. Die Begriffe Service-Provider und Partner sind austauschbar. Bei einem mandantenfähigen Modell ist der Partner ein Mandant oder Kunde von NetApp in einer Flex-Subscription-Umgebung. Der Partner hat seinerseits mehrere Mandanten oder Kunden, die keine Rechnungsbeziehung zu NetApp haben. Der Mandanten-Administrator führt in einem vom Partner betriebenen Modell die Aktivitäten eines Mandanten aus. Bevor Sie fortfahren, sollten Sie sich mit den Voraussetzungen vertraut machen. Falls Sie Fragen zu einzelnen Voraussetzungen haben sollten, wenden Sie sich an das Support-Team Ihres Service-Providers. Melden Sie sich zuerst über die NetApp Keystone Benutzeroberfläche an. Verwenden Sie dazu Ihre Anmeldedaten als Mandanten-Administrator. Wählen Sie auf dem Dashboard eines Ihrer Mandanten-Abonnements aus. Sie können die zugeteilte, belegte und zusätzlich genutzte Kapazität für jedes Ihrer Abonnements anzeigen. Wenn Sie die Datensicherung und die erweiterte Datensicherung abonniert haben, können Sie auf die Registerkarten Data Protection und Advanced Protection klicken, um Verbrauchsdiagramme anzuzeigen. Jetzt wollen wir eine NFS-Freigabe erstellen und nachvollziehen, wie Storage bereitgestellt wird. Zum Erstellen einer NFS-Freigabe erweitern Sie File Services im linken Navigationsbereich und klicken auf Shares. Hier geben wir die Details der Freigabe an und überprüfen Sie. In der Produktdokumentation für NetApp Keystone Flex Subscription unter docs.netapp.com erhalten Sie weitere Informationen. Wir kehren zurück zum Bildschirm Shares. Sie können auf das Glockensymbol klicken, um den Fortschritt der Freigabeerstellung anzuzeigen. Sobald die Freigabe erstellt ist, wird sie auf dem Bildschirm aufgeführt. Sie können Freigaben auf dem Bildschirm Shares anzeigen, bearbeiten oder löschen. Jetzt wollen wir detaillierte Berichte zur Kapazitätsnutzung für Ihre Abonnements anzeigen. Erweitern Sie Reports im linken Navigationsbereich und klicken Sie auf Capacity Usage. Hier können Sie Berichte zur Kapazitätsnutzung für Ihre Abonnements anzeigen, einschließlich optionale Abonnements für Datensicherung und erweiterte Datensicherung, sofern vorhanden. Damit kommen wir zum letzten Schritt in diesem Video. Wir wollen eine Serviceanfrage erstellen. Bei der Erstellung einer neuen Serviceanfrage müssen Sie eine Kategorie und Priorität auswählen. Die Eingaben auf diesem und den folgenden Bildschirmen hängen jeweils von der gewählten Kategorie ab. Geben Sie alle erforderlichen Details ein und prüfen Sie sie, bevor Sie Ihre Anfrage abschicken. Die Anfrage wird von Ihrem Service Provider oder NetApp GSSC bearbeitet. Vielen Dank für Ihr Interesse. In der Playlist finden Sie weitere Videos zu NetApp Keystone. Ihren Service operator inическая Ein Problem, wenn Sie einen slime Pizza blessed werden. und werden ganz gut darüber halten.